Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten die Hesse-Matrix. Und zwar wieder ein Beispiel davon, wieder mit zwei unabhängigen Variablen. Und zwar mit einer Funktion x hoch 3 plus y hoch 3. Diese Funktion möchte ich jetzt die Hesse-Matrix aufstellen. Hesse-Matrix sieht ja so aus im Zweidimensionalen Fall. y, äh, xy und fyx, fy, y. So, also das bedeutet immer, hier die Zweifel-Ableitung x, hier erst nach x abgeleitet, dann nach y, hier nach y, dann nach x, hier wieder zweimal nach y abgeleitet. So, das Ganze starten wir jetzt hier mal mit f von x. x, also diese Funktion abgeleitet nach x, ergibt, ja, hier, das ist eine Konstante, ergibt 3x². So, dann gleich nochmal nach x abgeleitet, ergibt die 6x. Hervorragend, ging ja schön einfach. Dann nach y abgeleitet, die Funktion ergibt 3x², dann, äh, 3y². Und hier zweimal abgeleitet nach y, ergibt die 6y. So, dann f von xy, also nehmen wir das hier, das nach y abgeleitet, ergibt die 0. Und y und x muss ja dasselbe sein wie das. Also, das nehmen wir nach x ableiten, ihr seht, aha, ergibt auch die 0, weil sie ja hier eine Konstante ist. So, jetzt habe ich hier wieder meine 4 Teile. Teil 1, Teil 2, 3, 4. Setze ich jetzt wieder ein und erhalte dann 6x, hier die 6y und hier die 0, 0. So, so Leute, das war es mit der Hellsematrix. So schnell kann man sowas lösen, wenn man so ein Beispiel hier vor sich gegeben hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.